Die Zukunft hat begonnen. Mit Mobilität, die uns nicht nur bewegt, sondern neue Freiheit schenkt. Persönlich, individuell und voller Begeisterung. Mobilität, die uns unabhängig sein lässt, weil sie vernetzt ist. Die uns zum perfekten Fahrer macht. Wenn wir es wollen. Die elektrisiert. Nicht nur, weil sie elektrisch ist. Mobilität, die uns autonom macht. Und Luxus neue Dimensionen gibt. Die nicht nur ein Gefährt ist, sondern ein Gefährte. Die immer da ist, wenn wir sie brauchen. Und die sich uns anpasst, wie wir sind. Die uns Sicherheit neu erfahren lässt und Freiheit fühlen. Die Zukunft hat begonnen. Mit Mobilität, die alles für uns möglich macht. BMV Group. The next 100 years. Mit울 Untertitelung des ZDF, 2020